Übermorgen, am Samstag, ist es soweit. UFC kommt zum ersten Mal nach Saudi-Arabien und im Main Event haben wir Ikram Aliskerov gegen Robert Whittaker und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Ja Leute, Aliskerov vs. Whittaker ist unser neues Main Event für UFC Saudi-Arabien und jetzt mal ehrlich, ich glaube, Ikram Aliskerov geht tiefenentspannt in diesen Fight rein. Denn man merkt das ja auch in den Kommentaren, die man jetzt so liest. Der eine Teil sagt sich, boah, Aliskerov wird ihn zersägen. Der andere Teil sagt sich, boah, Robert Whittaker ist einfach zu gut. Aber ich bin ehrlich, ich glaube viele, die jetzt sagen, Aliskerov wird easy gewinnen, wird locker gewinnen, es wird ein easy Fight. Wenn der verliert, dann werden viele... Naja, okay, ich meine, es war ja auch jetzt Robert Whittaker, gegen den er gekämpft hat. Das war ein Ex-Champion, der hat gegen Adesanya und Romero und so gekämpft. Gegen den kannst du halt schon mal verlieren. Und ich glaube, wenn du in dieser Position bist, dass wenn du gewinnst, bist du der Krasseste und wenn du verlierst, ist es halb so wild, denn es war halt auch Robert Whittaker, der Ex-Champion, der hätte eigentlich gegen Hamzat kämpfen sollen und es war ein Short-Notice-Fight und Ikram hat sich für jemand ganz anderes vorbereitet, dann gehst du wirklich als Fighter rein, der eigentlich kaum noch verlieren kann. Denn wenn du so eine Aktion bringst, dann bist du natürlich auch in der Gunst der UFC. Das heißt, das Main-Event für Saudi-Arabien ist ausgefallen. Die UFC brauchte unbedingt einen Ersatzgegner. Und wer springt ein, ohne zu zögern? Ikram Aliskerov. Ohne Attitüde, ohne Star-Allen. Der will den Top-3-Fight. Und dem gehört dieser Augenblick. Hätte auf einer unscheinbaren Apex-Fight-Card im Co-Main-Event kämpfen sollen. Runde 5 kommt gleich online, ich habe da was Ähnliches erzählt. Hört euch gerne Runde 5 an, da geht es noch ausführlicher drum. Hätte doch kaum einer geschaut. Wer von euch hätte letzte Woche, hat letzte Woche Paris gegen Tatsuro Taira geguckt? Viel, viel weniger, als sich die UFC Saudi-Arabien angucken werden. Das heißt, für Ikram Aliskerov ist das eine absolute Win-Win-Situation. Und jetzt muss er auch abliefern. Denn jetzt gehört der Moment ihm. Der ist jünger, der ist unranked, der bekommt kurzfristig die Chance auf den Top-3-Fight. Und egal, ob er gewinnt oder nicht, das ist einmal, das hat schon mal Respekt verdient, dass er diesen Fight annimmt. Es gibt viele andere. Und klar, denkt man sich im ersten Moment vielleicht, ja, aber wer würde denn zu so einer Chance Nein sagen? Tatsächlich einige. Aliskerov nimmt den Fight an. Hohes Risiko. Auch für Whittaker. Whittaker hat auch wirklich dicke Eier bewiesen. Geht hier auch wirklich hohes Risiko ein. Aber Whittaker hat hier in meinen Augen viel, viel mehr zu verlieren. Das heißt, wenn er verliert, boah, das war es mit der Top-5 wahrscheinlich, weil er würde gegen einen Unranked-Fighter verlieren. Das war es mit dem Titelfight im nächsten Fight. Und wenn er gewinnt, dann werden ganz viele sagen, gegen wen hat er jetzt gewonnen? Gegen Aliskerov, der vorher nur gegen Wally Alves gewonnen hat und noch gegen jemand anders in der UFC. Das heißt, hätte Whittaker gegen Hamzat gewonnen, wäre es der Titelfight als nächstes. Gewinnt Whittaker gegen Aliskerov, befürchte ich fast schon, dass es immer noch Hamzat als nächstes ist. Auch wenn ich persönlich denke, dass sich Whittaker mit dem Sieg und der Aktion durchaus einen Titelfight verdient hat. Schreibt mir aber gerne eure Meinung unten rein. Denkt ihr auch, dass Aliskerov gar nicht mehr verlieren kann? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal. Und damit bis zum nächsten Mal.